Hopfeld, Futterknecht! Machen Sie mal einen, Foschach. Die graue Wand da draußen, die steht da so dumm rum, die brüllt nach Farbe. Pferde, äh, Fresco, Fahnenrot, sowjetischer Realismus, Sie wissen schon. Fresco, Dynamik. Können Sie sowas malen? Aber, entschuldigen Sie, Genosser Hopfeldwebel, das ist ein Leonardo da Vinci. Ja, Leonardo da Vinci, du haben Sie sich nicht so, aber mit Farbe wegdrehen. Das ist denn jetzt schon wieder. Genosser Hopfeldwebel, dürfte ich Sie in einer dienstlichen Angelegenheit sprechen? Ja. Und zwar wollte ich fragen, wann kann ich denn mal Urlaub nehmen? Urlaub nehmen? Hier wird Urlaub befohlen. Aber wann denn? Das steht auf Ihrem Urlaubsschein. Ja, aber den Urlaubsschein, den kriege ich doch erst vor dem Urlaub. Klar, hinterher wäre es ja sinnlos. Aber, wann kriege ich denn so einen Urlaubsschein? Es gibt den Urlaubsbefehl und über Befehle wird ja nicht diskutiert. Aber kann ich denn nicht wenigstens irgendetwas dafür tun? Nein, wegtreten. Was haben Sie denn? Entschuldigen Sie, Genosser Hopfeldwebel, durfte ich vorhin meinen Haupt entblößen. Ich glaube es nicht. Stahlhelmbefreiung. Hätten Sie damit nicht bis nach der Vereidigung warten können? Ich höre! Ich höre!